Ja, das war ja gerade noch mal eine Zusammenstellung auch von Giorgia Melonis Äußerungen in der Vergangenheit. Über das, was jetzt kommt, möchte ich sprechen mit Moritz Pompel in Rom. Er hat die Wahlen beobachtet, er hat Giorgia Meloni beobachtet. Wie radikal ist sie wirklich? Eine ganz schwierige Frage, würde ich sagen. Also, wenn wir ihre Vergangenheit betrachten, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, dann hat sie durchaus sehr radikale Wurzeln. Sie hat jetzt in letzter Zeit versucht, das etwas zu relativieren, ihre europafeindlichen Kommentare auch zurückzuschrauben auf Europa, auf die zukünftigen, wahrscheinlich zukünftigen Partner für diese wohl angehende Rechtsmitte-Regierung zuzugehen und zu sehen, dass man da vielleicht doch irgendwie zusammenkommt. Denn hier bleibt ja gar keine andere Wahl, als sich jetzt etwas zu mäßigen. Der Wahlkampf ist so vorbei und jetzt wird es darum gehen, dass hier dann bald eine neue Regierung in Italien gebildet wird, ungefähr in einem Monat. Ungefähr in einem Monat, sagen Sie. Sie braucht dazu ja auch Partner in dieser Regierung. Wenn wir jetzt auf diese Partner schauen, ein paar sind eben auch schon angesprochen worden, etwa die Partei von Silvio Berlusconi. Glauben Sie denn, dass da Zugeständnisse gemacht werden müssen, auch Zugeständnisse, die Italiens Wahlentscheidungen am Ende dann weniger dramatisch erscheinen lassen, als sie auf den ersten Blick für Manchi jetzt wirkt? Also, ganz sicher gilt die Forza Italia, Berlusconis Partei, ein bisschen als Korrektiv jetzt in diesem Dreiergespann. Denn es ist tatsächlich die einzige Partei, die klar proeuropäisch ist und für die ja auch, wir haben es gerade gesehen, Manfred Weber Werbung gemacht hat. Die andere Partei, die zu diesem Dreierbündnis dazugehört, nämlich die rechte Lega von Matteo Salvini, auch die ist in der Vergangenheit eher durch kritische, europakritische, europafeindliche Kommentare aufgefallen. Also, man muss irgendwie zusammen ins Boot kommen und dann schauen, was diese neue Regierung mit sich bringt und wie man da in Europa weiter agieren kann. Wie man in Europa weiter agieren kann, bleiben wir vielleicht bei diesem Punkt nochmal. Denn Frau Meloni hat ja etwa gesagt, dass sie die Ukraine unterstützt. Sie hat auch gesagt, dass sie die NATO befürwortet, also außenpolitisch etwas, womit die EU ja vielleicht sogar ganz gut leben kann, auch angesichts des Kriegs in der Ukraine. Traut man ihr denn überhaupt zu, aus ihrer Sicht, dass sie das Zeug hat, außenpolitisch die EU zu spalten? Also, nach dem, was man aus der Vergangenheit von ihr gehört hat, wäre ihr das durchaus zuzutrauen. Aber viele Beobachter gehen auch davon aus, dass sie jetzt doch gemäßigtere Töne anschlagen wird und dass sie versuchen wird, eben doch auf die EU-Partner auch ein Stück weit mehr zuzugehen. Auch wenn sie immer wieder betont hat, die Europäische Union, die sei zu ideologisch. Es ginge mehr wieder darum, Europa auf die Füße der einzelnen Nationen zu stellen. Aber andererseits ist es eben auch so, Italien hängt ein Stück weit am Tropf der EU. Allein wenn man sich den europäischen Wiederaufbaufonds anschaut, da sollen ja insgesamt fast 200 Milliarden Euro nach Italien fließen. Italien ist der größte Nutznießer dieser Gelder nach der Corona-Krise. Und diese Gelder sind ganz klar festgelegt, beispielsweise für erneuerbare Energieprojekte. Da will man ein Stück weit davon abweichen hier und da. Er hat gesagt, man könnte das Geld doch vielleicht anders einsetzen. Ob die EU dann bereit ist, die Gelder auch auszuzahlen, das ist die andere Frage. Insofern ist der neuen Regierung da sicher auch ein Stück weit, sind da die Hände gebunden. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Spielraum dann der Wahlsiegerin in Rom doch relativ begrenzt? Ein Stück weit ja. Was die NATO angeht, da muss man natürlich sehen, also da sind ja die zwei anderen Parteien mit im Boot. Und gerade Salvini von der rechten Lega ist immer wieder zu seiner Putin-Nähe aufgefallen. Auch Berlusconi gilt ja als Freund Putins. Und Giorgia Meloni war zuletzt die Einzige, die sich ganz klar zur Ukraine bekannt hat. Ob das jetzt aus wahltaktischen Gründen geschehen ist oder aus innerer Überzeugung, das mag man derzeit schwer festzustellen. Aber fest steht, dass insgesamt betrachtet natürlich für die Bündnispartner auf der ganzen Welt schwierigere Zeiten zukommen, was Italien angeht. Sie haben jetzt auch Silvio Berlusconi, den Ex-Ministerpräsidenten, mehrfach angesprochen. Er hat ja im Wahlkampf auch eine Rolle gespielt. Er hat sie auch unterstützt. Er hat sie damals zur Ministerin gemacht. Man kann so ein bisschen sagen, hat sie politisch auch mit gefördert und entdeckt. Welche Rolle wird er denn nun künftig spielen? Oder war das jetzt mit dieser Wahl so ein bisschen das letzte Bunga-Bunga von Berlusconi? Berlusconi selber, das kann man sagen, er sieht sich noch nicht am Ende. Er ist ja mit 85 Jahren noch relativ jung für italienische Politikerverhältnisse. Und er traut sich noch einiges zu. Sein Traumamt wäre der Posten des Staatspräsidenten. Darauf würde er gerne hinarbeiten. Und die nächste Etappe dahin wäre es, Senatspräsident zu werden. Immerhin der zweitwichtigste Posten hier im Staat. Und ob ihm das jetzt gelingen wird, das wird davon abhängen, ob sich diese Regierung jetzt tatsächlich formiert. Ob der jetzige Staatspräsident Sergio Mattarella diese Regierung dann auch dann ins Amt verhilft. Und dann wird man sehen, was aus Berlusconi wird. Fest steht auch bei dieser Wahl, seine Forza Italia, die hat schwer an Boden eingebüßt. Sie ist ja bei den letzten Wahlen auf 14 Prozent etwa gekommen und jetzt nur noch auf acht. Also die Stimmen fast halbiert. Alles andere als zufrieden kann er da eigentlich damit sein. Genauso Matteo Salvini, der Widersacher ja eigentlich von Giorgia Meloni, der damals 2018 bei den letzten Parlamentswahlen hier 17 Prozent erreicht hat und jetzt nur noch auf knapp neun Prozent der Stimmen kommt. Vielen Dank für diese Analyse live aus Rom am Tag nach der Italienwahl. Moritz Pompel, herzlichen Dank.